Hallo liebe Leute, wir ziehen um. Wir haben einen neuen YouTube-Kanal aufgebaut, des Zucatoms, und da werdet ihr neue coole Zucke-Schritte finden, wie diese. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Auf dem YouTube-Kanal von den Zucatoms findet ihr die Erklärung von den Schritten. Wir sehen uns da. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.